Bist du das? Ja. Ich hab doch 2 MP, also kann ich 1 Cast machen. Wieso hast du schon wieder Ja gedrückt? Weil wir gehen müssen. Er sagt uns, wir sollen umdrehen, also tun wir das. Achte nicht auf den Mann hinter dem Bohr hangen! Das wäre ein guter Zeitverlust für Speedruns. Ja, dammit! Time to cast. Was weiterkommt. Ja, ich muss nur sagen, wir sind gerade. Cast! Feuerball, ich bin 0. Fireball? Yum! Wer hat das bescheuert, die Kostüme? Frage! Wollte sagen, wir müssen das Kling geben. Wollte sagen, wir müssen das Kling geben. Dumbborn ist ein Hügel! Hard! Kritisch getroffen! Wollte sagen, wir müssen das Kling geben. Wir müssen die Klinge geben, aber wir müssen Fireball spammen! Wir müssen Fireball spammen! Wir müssen Fireball spammen! Hm, weißte ja gut. Das ist das Fremdste der Zauber, glaube ich, einfach für saubende Fälle. Nur die Sparrowinglos, wo sie direkt den Hotel in Werken greifen können. Ich habe das Gefühl, dass ich viel Schaden mache. Ist das ein Affe? Ich schweiß gerade da drüben. Axt. Axt scheint wieder Schaden zu machen. Kannste noch selber? Ja. Ein selber haben wir noch. Ja. Ich habe noch keine Heilung mehr. Ja. Kann ich nicht so machen. So. Schau's. Fehlt. Ach, Feuerstufe 1, hey. Er ist gerade im Kampf. Auf der Erde. Was ist eure Sturm? Ist das ungemütlich? Ja. Wir haben gar nicht so viel Schaden gemacht. Wir müssen sich wohl nicht mehr verteidigen, glaube ich. Nein. Ich habe heute nicht verfehlt. Und... Sturm 22! Ich habe einen MP wieder! Wuh! Gott dammit. So ist das schön. Leveler MP und so. Bravo! Brav O? Ich bin's nicht. Ne, es dauert immer so lange. Und weiter geht's! Bumerang Ohr behalten! Mal wieder. Oh mein Gott! Du bist doch... Oh Rudolf! Der rot-nasige Weihnachtsmann! Ja. Ich bin da übrigens nicht. Ich auch nicht. Und warum bin ich das? Ah, ich dachte gerade, wer zum Henker spricht. Das ist offensichtlich Rudolf. Kennst du das zum Wort an der Stimme? Das mussten wir haben. Ja. Das sieht so super aus. Ja, Siegel of Mana, meine Damen und Herren. Ich brauche mit dem Muck. Ich brauche einen Screenshot von. 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 Hier ist das Screenshot. Ich brauche einen Screenshot von. Ja. Wenn der Weihnachtsmann verkürzt, wenn jetzt ist er wieder ein Weihnachtraum. Das macht Sinn. Ja. Trubel. Wieso hast du ausgerechnet den Feuersamen geklaut, um das zu machen? Du be- Trubel. Den Feuersamen wieder zurückgeholt. Den Feuersamen wieder zurückgeholt. Die Wahrheit ist einfach zu erreichen. Ja, es gibt eine direkte Kassel-Verbindung, ne? Zum Glück. Da könnte man immer Magie-Zweck wegspam, weil wir sowieso in die andere Steigler drüber fliegen. Aber, so viel Magie-Leveln wie es geht. Fireball! Ich glaube, ich mache am meisten den Froster zu leveln. Oder Besugio, weil der noch Level 0 hat. Da ist nur Line 3. Ja. Sehr gut. Was weniger ist, muss er nicht mehr. Ja. Nein. Was? Stufe 2. Hast du doch noch irgendwie 3 Saber oder so? Ach ja, der ist ja auch noch der Level 0. Nicht einmal benutzt. Konnte ihn nicht gerade. Minimal aus dem Bildschirm. Ich glaube, der obere Bildschirmrand ist irgendwie... Nicht einmal benutzt. Ja. Links, rechts und unten. Wir sind eigentlich immer sehr schnell drin. Aber wir im oberen Bildschirm waren die irgendwie einzig. Okay. Haben wir... Kein Platz dafür. Bohn-Bohn. Bohn-Bohn? Bohn-Bohn! Bohnen-Bohnen. Ja. Fireball! Falsch gefallen. Oh nein, jetzt hat er auf meine Achse abgetrunken. Oh nein, jetzt hat er auf meine Achse abgetrunken. Ja. Fireball und ein Frost-Ansicht. Dann glaube ich nicht. Ich wollte jetzt endlich die Frost getargeten, aber aus irgendeinem Grund war der... Da war ein Wolf. Nein, nein, ein Wolf. Spann die Magie! Und nicht tun sie alle! Oh, das ist ja schon. Oh, und alle sind oben. Geht nicht rum. So habe ich das eigene Empfehlen noch auf Gemach eingesetzt. Na dann. Nichts mehr draus hier. Schakal, schnelle Flammen. Wenn jemand noch Flammen hat. Ja. Seid ohnmächtig. Genau das. Dieses Dorf wird für immer verlassen bleiben. Weil es ist ja kalt und so. Man kann keinen Ofen anmachen oder sowas. Nein, nein. Das verlassen wir einfach komplett unsere Häuser. Holz gibt's nicht. Viel einfachere Lösungen und so. Es gibt hier wirklich kein Holz. Ich bin ernsthaft gestunken worden. Ja, aber es gibt kein Holz in den Wäldern. Das sind Kristalle. Oh, Entschuldigung. Das war nicht die Absicht. Ja, ja. Hey, jetzt aber auch so. Ja. 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 Zu spät. Na ja. Wir werden mal vorhin. Her heißt HAYN, nein? Hehehe. Nicht du, ne? Das Twitch den Streamer nicht runtergehauen hat, aber... Hä? Spiels auf 6? Wir sehen uns dann in 3 Stunden wieder. Stihl sagt dann was anderes. Es ist ja so, auf der PSP-Version steht, dass es das Spiel auf 6 ist, also... Warum facken Sie ihn jedes Mal? Genau. Nach dem Scheiß. Keine Ahnung, warum der bei Secret of Mana nach dem Pupo zu was noch fragt. Vielleicht wenn er ein bisschen wird, ob es irgendwelche Leute für das Spiel interessieren, die jünger als 20 sind. Oh mein Gott, der Typ ist langsamer fertig. Typ so weird. Ja, es ist ein Typ, der weiß, wofür Zeugs in der Blumensprache stehen. Das weiß keiner. Der denkt sich das immer nur aus. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Floristen mir einfach obererzählen. Außerdem ist er tot. Jetzt ist er so, dass er ein Zomit. Die Zomit. In den Händen von Thanatos. Ich will mir jetzt nicht vorstellen, was Thanatos macht. Ich will mir jetzt nicht vorstellen, was Thanatos mit Zomit. Ich bin nur wie längst schlafen gegangen. SpritePan war schon längst. Twitch dafür aber noch sehr lebendig. Wie strange. Ach, du kennst sie, seit wie lange 4 Stunden? Die kleine Elf ist eingeschlafen. Nein, die können es jetzt 3.582 Stunden machen. Wir haben schon viel miteinander erlebt. Ja, in den letzten 2 Tagen. Uff. 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 Ist ja für ein voller Hello. Ja. Stunden später. Twitch-Shot hat sich hier eingeschlafen. Ja. Willst du das Spiel schon speichern? Ja, sicherlich. Wir haben aber wieder 1000 Stunden vergangen. Ja. Wo wir gerade die Gelegenheit haben, würde ich hier vor der Haustür mal kurz ein paar Zauberleveln. Weil es hier relativ günstig ist und für Cutscenes kriegen kann. Aber wir sind doch schon so weit, dass wir in Pandora waren. Ja. Weil hier sind die blöden Sandviecher, auf die kann man super Zauber sparen. Ja. Wir factor sind Spinnenbein. Deswegen würde ich sagen, hau mal raus. Spinnenbein! Das sind keine Spinnen, Jungs. Ich versuche, total. Siehst du das nicht? Benutz einfach irgendwas, dann dauert es uns zu lange. Ich versuche, da kannst du dichみben. Oh, das ist wirklich! Okay. Hammer! Spinnenbein, Spinnenpapel. Die Wand-Rakete? Das ist auch sehr interessant. Sama hat Ausweich-Boost. Wir gehen weiterhin. Ich fand schön, wie ich von irgendwelchen Zaubern da umgetroffen werde von den Gegners. Der hat hier Magic War stattfindet. Feuerball, Stufe 1. Okay, wer hat Magiestufe erreicht? Salamander hat Stufe 2. Der tut mir überhaupt keinen Schaden. Der ist ja im Boden. Das war halt eine gute Möglichkeit, um die Zauber deswegen zu leveln. Weil du kannst einen Zauber einsetzen, ohne dass der Gegner stirbt. Was ja nützlich sein kann. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Sehr gut! Das hat Sam in die Streamtrain eigentlich geschlagen. Das war sehr nett von ihm. Wie diese blöden Treppen. Ja. Shmalt! Einmal. Einmal. Ah ja. Katzin-Time! Wir müssen ja immerhin ein bisschen aufholen hier. Ja. Oh, kannst du mal ein bisschen Hagen aufhören? Ich bin mir sicher, sie macht sich keine Sorgen um ihre Freunde. Das Gute ist, dass die anderen beiden keine Freunde haben. Der eine wurde verbannt, die andere sind alle tot. Aber du kannst ja wohl den Kopf in den Sand stecken. Draußen ist... Würste. Eine Menge Sand. Kannst du deinen Kopf in den Sand stecken? Nee. Das kratzt du im Ohr. Meinst du bei den Ohren? Du kratzt das nicht. Du kannst schaufeln. Du kannst den Sandbuch mitbauen. Ich bin auch. 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 Das ist gut. Das ist gut. Und das ist gut, dass du meine Freunde anschauen kannst. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Wer ist deine Freunde? Ich bin auch. Ich bin auch. Aber... Ich bin auch. 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 Seine Stolz... Seine Stolz... Ich werde auch morgen wieder stolz zwischen zwei Sanddünen stehen und dabei zukommen wie ihre Zauberlevels. Was man halt so tut als Nicht-Magiebegabter. Das ist wahrscheinlich der einzige Grund, wieso das er hatte. Normalerweise kann... Können eine Person das Schwert führen und beide Arten Magie benutzen. Ja, aber er ist einfach unfähig. Das ist mein Head schon immer gewesen. Er ist unfähig. Deswegen hat er das Schwert. Das ist einfach zu blöd, um Magie zu casten. Der Instart ist zu niedrig. Tötet sie! Ich werde hasst. Sehr gut. Ich werde schnell zu sein. Ich werde immer noch Level Null. Aha, ausreichbar ist. Ich glaube, wenn du Elektra auf Level 1 hast, ist das Wichtigste, dass du mal die Heal-Spells auf Level 3 hochträgst. Die sind schon auf Level 3. Okay, dann Level 4. Hey! Ich freue mich auf Level 3, oder? Sehr schön. So ist das schön. Feuerball, Stufe dry. Das ist einmal dein Ausweichwurst. Ach, die Augen verletzten hier so scheiße aus. Das ist alles. Oh nein, wir wurden angecastet. Naja, das ist sicher. Ich wollte mir das auch nicht die ganze Zeit gefallen lassen. Kann ich ja nicht nachvollziehen. Sie einfach wehren. Würde Viecher. Schuss, Scheiße. Ich glaube, wenn er Elektra levelt, muss er einfach an der Linken fallen, das könnte nur 1. Das kostet 1 MPR. Ich glaube, dass wir das damals gemacht haben, das war das ewig dauert. Ich habe es noch nicht ein einziges Mal ausprobiert in diesem Spiel. Ja. Dann kann man ja so ein Lender hochkriegen von der Viecher. Dann kann man ja so ein Lender hochkriegen von der Viecher. Paktakt. Willst du nur eine Cutscene weniger sehen? Die Cutscene ist doch toll. Ich finde die witzig. Meistens. Außer wenn sie gerade wieder über Dylak redet. Also, jede davon. Jede einzelne. So, jetzt haben wir Pandora abgeschossen. Aber was kommt jetzt? Hab schon wieder vergessen. Ah. 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 Victor. Es geht um Victor. Ich war bei Berti. Ah, das ist das. Das ist ein Jema. Du bist der Mann. Ich hab ihn ja gesehen. Hahaha. Das ist wirklich ein Mann. Hä? Ja, du hast mal verletzt, dass er das einfach nicht verletzt hat. Hm. Gute Frage. Jetzt gehen wir halt. Das ist das jemandem. Ich muss uns nur auf die Stärkung geben und das Mann. Ich weiß nicht, was der Mann macht, was ich wollte. Tee trinken. Tee trinken tut er. Und Milch. Milch, Kaffee, Tee und Zucker. Bei mir Zucker. Flüssiger Zucker. Also das ist was ich sozusagen bei Spray verkauft. Ja. Ach ja? Das war ein... Er hätte die Heidelizeps in den Gruben hinterher geworfen. Wenn du nicht total overpowered wärst. Das wäre das Spiel nicht so einfach wäre. Wenn man sich nicht einfach hinter Bosse stellen könnte und einfach ihn rückgestechen. Jetzt casten sie ja. Es geht doch nicht mehr ganz so einfach. Ja. Jetzt sind sie nervtüffend. Vor allem stell ich mir gerade ernsthaft vor, mir jetzt zwei KIs die Wand mit den beiden Augen kaputt zu schlagen. Stellst du die auf mein Ziel angreifen? Ja. Wenn du dann auch vernünftig triffst und dich noch nebenbei das andere Auge triffst aus Versehen und so. Das könnte schon nervig werden, glaube ich. Eine Runde noch? Ja. Versuchen wir mal deine Analyse. Dann gucken wir mal wie lange die Analyse dauert. Meine Fresse. Diese Drecksding. Analyse. Stufe 9. Sieverbs! Sie sind bereit. Schauen wir mal zuerst ab, was du das letzte Mal hast. Sie sind recht schnell zu gehen. Hatte es bei dir eigentlich nur lange gedauert weil du angekastet wurdest, denke ich. Analyse. Stufe 0. Sie sind bereit. Sie sind bereit. Sie sind bereit. Wir haben hier Geister, ich mein, du kannst auch nachgucken, und bevor ich jetzt hier, ja, ich krieg von ihm nämlich keine EP mehr, von daher, äh, boah, ich nehme hier lieber zu Kassen, äh, dann bringt das natürlich nichts, dann können wir natürlich auch unseren Heilzauber dann nicht mehr so besser, aber wir können analysieren. Ja, hier kann man einen Ballon besser hinkriegen, jetzt, äh, hier, Orkanschub hast, ja, anfällig für die Kraft des Windes, ja, das ist ja gut, das wollen wir einen Orkanschub drauf haben, ja, dann stirbt da jemand, wenn irgendeiner von denen sich draußen hält. Oh, hier war zu gut. Schau mal so, kann sie nicht, ich kann hier nicht kommen. Oh, Stufe 23 erreicht, zwar meine neue Magiestufe, Gen erreicht Stufe 1. Oh, hier funktioniert gut und schön, aber das tötet sie halt auch. Feuerball, Analyse, dann wird er sich angegucken und dann wird er getötet. Das wird nicht. Wenn man wieder zum Spinnenball hat, dann fährt er die Kraft des Windes. Nein, dann können wir auch noch angucken. Der Link scheint tot zu sein. Ja, der Link hat einen Wegstall abgefechtet. Beide sind tot. Entsprechend implodiert. Der müsste auch tot werden. Nö, passt nicht. Nein. Ich hab Stufe 23 erreicht. Nö, aber ich nicht. Selberte, zwischendurch habe ich aber sehr lange zurück. Ja, warte, lass uns einfach eine Build Backs, dann kannst du Analyse spammen. Wupp wupp. Kann man irgendwo hier oben an der Rand stammen mit einem von denen sein, damit ich mich nicht auf uns Carsten umzwammen kann. Kann man ja zu Tode analysieren. Dann haben wir gleich einen Jin of Level 2 auf dem Tisch. Geht halt auch relativ schnell. Wenn wir nur die eine Animation haben, die die ganze Zeit durchläuft. Auf jeden Fall schneller, als es in einem alten Spiel ging. Ja. Das ist ewig um drei Tage. Ja, deswegen war das auch so nervtörend. Insgesamt 156 Gold. Erlüse, erlüse. Und andere Lüse. Und andere Lüse. Irgendwann ist übrigens träge. Zu dem Analyse. Und Level Up. Warte mal. Warte mal. Warte. Warte. War das hier schon? Das war Level 2. Jetzt haben wir auf Gevendorfen. Wir lösen Stufe 1. Wenn das Spiel stackt gerade Textboxen. Ja. Siegerisch. Das ist aber deine Magiestufe. Jinderstufe 2. Hahahaha. So. Jetzt ist er da. So. Hä? Ähm. Se, um mich nicht zu tun sind. Huuu. Ist ja gut. So, dann einmal noch eben heilen und dann können wir mit dem nächsten Tempel weitermachen. Ja, und vor allem kann ich dann, sobald wir in dem Tempel sind, auch einfach magiellos spammen ohnehin, weil ich auch nah an einem Level-Upsteig bin. Die haben beide gerade erst einen Level-Upsteig gekriegt. Kasha-kashin! Spinnen meines Trigger, Analyse Stufe 2! Ja, das Cycle noch ein bisschen, glaube ich. Ich habe mich noch ein bisschen gewusst, aber... Ich bin mir wohl kritisch getroffen, Analyse Stufe 2! Nein! Hat noch 24 HP! Hat noch 5 MP! Ich bin mir selber viel gehabt, das Bild ist! Hat noch 3 MP! Nee, ist gut, Square! Gute Arbeit geleistet! Die Amatra geht drüber! Nein, die Amatra geht nicht los! Wir sind treuig! War so bescheuert! Oh, echt gute Arbeit, Square! Schon ein tolles Spiel abgeliefert! Wie hält der Junge seinen... Ja, du hast auch gerade gesehen! Holy Shit! Wenn du dich in der Zeit getroffen hast... Viel schöner fand ich, da unten das Wort verantwortungsbewusster... Hat den Haltbild schon beigemommen! Ich mag deutsche Wörter! Sie sind großartig! Ja... Ich muss auch Dillac und Pamela unterstützen! Halt die Fresse mit Haken! Ich find's immer auch schön, dass... Pamela im Deutschen mit Z.A.E. geschrien wird... Best... Best... Kobold! Sie dachte, die wollte die essen! Nomm, 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 nomm! Nomm, nomm! Nomm, nomm! Es ist wirklich gut! Ist jetzt, wo ich nur über nachdenke? Ich glaub, die wollen die gar nicht essen! One Oak Shit! Die Kackare! Die Kackare! Ich glaub, dass wir mit den Dorfäldlern reden, dass wir den Samen dabei haben oder so, ne? Ich glaub, wir können auch einfach hingehen, aber reden nur mit ihm! Das ist ja intelligent, das zu sagen! Geht's nicht, was ich mit dem Wörterin! Sie hat gesagt, dass du hier wieder zurückgekehrt hast? Danke! Der Kackare! Was ist das? 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 Aber da ist das Mannen. Wir müssen uns bemerken. Wissen Sie sich! Jinn ist noch ein... Jinn arbeite noch. Palt ist noch Stufe 0. Okay, hier habe ich noch einiges mit zu tun. Ist Berti hier? Haben wir Orbs? Wir müssen Orbs haben. Ich weiß nicht, ob der schon hier ist. Der kommt auf jeden Fall später. Wie ist denn die blöde Klaue? Das ist die Klaue. Das ist die Klaue. Kommt zu erkennen. Wenn Berti da wäre, dann wäre er hier. Ich erkläre es nicht, ich erkläre es nicht. Danke. Was? Zuhause... Sitzt du die ganze Zeit neben dem verfickten Lava-Tempel? Äh, Lava-Pool. Äh, wir können upgraden. Die schwarze Peitsche. Wir können auf den... den Nannbogen mal wieder. Den Bumerang. Und das sollte es gewesen sein. Nein. Na dann. Up, up, up and away. Ich bin mir sicher, damit kann man irgendwie durch Wände glitschen. So, die werden mal geflissen, die ignoriert. Nein. Schnell, schnell! Sehr gut. War nicht zu spät. Nein, war nicht zu spät. Keine Ahnung. Doch. Oh, die Enten! Die haben wir noch gar nicht gesehen. Stimmt. Wir haben noch keine Ente gekillt bis jetzt. Na dann. Auf in die Schlacht. Die Messer enden. Ein Stoß! Der ist auf dem niedrigsten Level, wo wir am meisten dran arbeiten. Enten-Soldat heißt nicht. Enten-Soldat ist bewusstlos. Ein Stoß! Ein Stoß! Ich kann mir das schon auf 23 Jahren. Jo, hat dich das Zauber noch gelobt. Jo, funktioniert. Aber dafür wirst du jetzt wahrscheinlich erstmal ne ganze Weile keinen Refill mehr kriegen. Endsoldat ist kritisch getroffen. Endsoldat ist bewusstlos. Puh. Ich hab einen... Arbeitsplatz... Ich hab einen Arbeitsplatz auf... Ich weiß nicht wie ich hier im Deutschen... Das ist nicht so. Egal. Das ist nicht falsch. Gut. Wie auch immer diese Tiere würden heißen. Ameisenlöwen. Ameisenlöwen? Das sind immer die Löwenbären. Die Ameisenbären sind die Dinger die Ameisen essen. Achso. Erdrutsch. Erdrutsch. Ja, kombut mich durch. Das ist kein Ding. Wir sollten weitergehen ohne mich heilen. Eher weitergehen glaube ich. Er hat einfach mal gerade drei Zauber direkt in Feuerlauf nicht drauf gespammt. Vier Zauber direkt in Feuerlauf nicht drauf gespammt. Können wir weitergehen bitte? Fünf Zauber direkt in Feuerlauf nicht drauf gespammt. Wir kommen da nicht durch. Doch, wir kommen da durch. Es läuft nur keiner. Nein. Doch. Siehst du? Was ist denn mit diesem Viech los? Ich komm da durch. Natürlich kommst du da durch. Ich. Erstmal. Oh. Scheiße. Scharfschützen oder was sind das jetzt? Wollen wir so besseren Bogenraten haben? Flammsäbel haben. Ich hab ein Tritt ins Gesicht. Mützenraten. Mützenraten gibt es jetzt. Ups. Egal. Wo ist los? Mützenraten wurde kritisch getroffen? Ey. Der hat mich einfach durch die Wand geklappt. Das ist wirklich. Aha. Wir haben so ein bisschen geschlagen. Wir können wohl glaube ich eine Runde Heilung gebrauchen. Dann können wir sie nämlich hier raufglitschen. Ne. Da glitscht man so nett nicht mehr. Dann haben sie gefixt. Ach. Leider. Mal den Rätschiff zu fixen. Ja. Ich kann doch nicht nachvollziehen wer der Scheiß soll. Ne. Und dann haben sie etwa fünf andere eingebaut. Hm. So funktioniert. Wackenschub ist gestiegen. Handschuhe ist Stufe 2. Nubu. Oh nein. So viele Flammen. Was sollen wir nur tun? Welchen Zauber könnten wir nur brauchen, um in diesem Bildschirm weiterzukommen? Erfahrt es beim nächsten Mal. Wackenschub. 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 Oh. Wackenschub. Was? Nein. Muss analysieren. Oh nein. Wackenschub. Detektor. Wackenschub. Salamander. Cool. Auch welche davon. Keine Ahnung. Ich glaube die Lavawelle. Wenn mich hier alles täuscht. Ich bin mir nicht sicher. Sicher bin ich mir auch nicht. Du kannst denn schieben? Ja. Aber derwelle war es nicht. Auch welche. Ja, weil die Gluggranate war. Cool. Also alle MP verbrauchen. Explosionen! Oh mein Gott. Und dafür hasse ich Analyse. Ja. Da benutzt man es schon und man sagt es einem nicht, wen es auch immer braucht. Ja. Vor allem wenn es halt wie bei Salamander 3 Angriffstauber sind. Und die Gegner sind respawned, weil es uns in ein neues Gebiet geladen hat. Ja. Macht Sinn. Nein. Wir sollten einen roten Marshmallow noch mal eben killen. Man kann nicht so bewusst was glauben. Was ist los? Quatsch. Ein Marshmallow weniger auf dieser Welt und ich bin glücklich. Das ist ein Sackgassemeinig. Wo ist los? Quatsch. Ein Marshmallow weniger auf dieser Welt und ich bin glücklich. Das ist ein Sackgassemeinig. Ja. Ich glaube ich weiß nicht mehr welche Magie man dafür brauchte. Das ist ein Überraschung. Analyse sagt es ist Salamander. Ja. Ich glaube das ist gar nicht das jetzt nicht. Das ist gar nicht das jetzt nicht. Genau das jetzt nicht. Ja. Ich habe jemanden in Salamander Stufe 3 erreicht. Wenn sie nicht Feuerball ist. Es gab den Lava-Wetter. Nein. Es war Feuerball. Glück gehabt und so. Ach komm bestimmt noch ein Chalzer. Und dann brauche ich den Magie schon los. Hier unten ist der Weg. Ja aber wir müssen es einmal oben rauslassen. Aua. Aua. Too many mans, man. Komm irgendwann. Schlöpchen. Hast du davon vielleicht? Du wisst wie ich wollte ja nicht aus der Ecke kommen. F***ing Sniper. Au. Ich könnte eine Heilung bauen. Woh. Eine Gruppenheilung könnte gut passen. Ich trete währenddessen in diese Ente. Ich glaube, wir sollten das ja lassen. Die Wolken stören uns einfach nur. Die können wir nicht angreifen. Super. Stattdessen einfach hier weitergehen oder so. Ach, hab ich bewusst was geklecht. Das ist ein Blick. Ich habe schon eine Flamme. Ja, das kann ich nicht mehr machen. Ich kann diese Ente drehen. Ich muss weiter. Das ist ja wirklich ein Problem. Okay, wenn das irgendwie nicht da ist. Ja, okay. Ich brauche die Pfeitsche. Jetzt kann ich die Pfeitsche wieder bewegen. Hier. Wir brauchen eine Pfeitsche. Wir brauchen die Pfeitsche. Wir brauchen die Pfeitsche. Ich bin fest. Danke schön. Okay. Okay. So. Was? Oh, Mann. Ich habe jetzt gar nichts vor. Du musst die Schalter. So. Wobei, die können noch einen Kill. Die sind vielleicht noch feiert. Pfeitsche an der Schupe erreicht. Das ist ein Eisblutpfeitsche. So. Na, das muss glaube ich nicht sein. Auf Range drei Schleime töten. Hm. Nein. Mit dem Schleim, äh, mit dem Schleimdisco, oder wie auch immer die heißen. Das wäre jetzt Spaß. Was? Ja. Wunderbar. Ist es das? Es ist das. Denn wir erreichen unser Ziel. Und wir müssen, glaube ich, einfach alles fressen. Ja. Außer wir wollen einfach leveln, bis wir ein Level abkriegen. Der geht auf. Undine! Äh, die Ausfall ist zumindest nicht zu groß. Äh, 1900 bis zur nächsten Stufe. Wir haben für die Wüstenviecher draußen irgendwie 188 pro gekriegt. Also das kann eine Weile dauern. Jo. In der Tat. Friss einfach eine Wahl los. Wir haben auch genug davon. Ist nicht so, dass wir eigentlich sparsam mit unserem Geld und sowas umgehen mussten. Naja, wir haben zwei davon. Jetzt einfach eine. Äh, äh, da. Ich schnapp mir währenddessen mal wieder mein Schwert. Ja! Flies! 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 Überraschung. Wer hätte gedacht, dass... ... man den Frostzauber für einen... ...en Frostzauber braucht. Gut, das würde ich mir schaden lassen. Ja, der hat gewartet, bis ich da runtergegangen bin. Sonst wird das sofort getriggert worden. Jo. Zeit für einen Boss, der deutlich größer geworden ist. Ich weiß es nicht, wir können analysieren. Ansonsten würde ich einen hochleveligen Zauber benutzen, weil es ein Boss ist. Yes! Ich war sicher gegen Gluckeleis. Jetzt bist du gut. Aua. Estetal. Wint. Also war richtig. Davon ab bin ich bewusstlos. Worte... Heilung. Und wahrscheinlich tot. Wenn man Shortcuts legen könnte im Multiplayer, dann könnte man sich für Bosse einfach den und das Problem wäre natürlich. Das wäre zu einfach, ich hoffe nicht. Schau mal, dass gerade der eine Spell, der jetzt nutzt, ist, der nicht mehr Level-Scape. So, das macht ein wenig Schaden. Kevin, da reicht eine neue Magiestufe. Jim, da reicht um 2. Der letzte Zauberzimmer ist stärker. Und dann kann man ihn noch einmal festwurzeln. Ich glaube, den einen Entwickler ist dann auch verbrauchen. In der Tat. Außer wenn wir im Stufe 24 sind, du bist gerade tot. Jetzt habe ich meine 18 MP wieder. Nice. So gehört sich das. Ja, so ist schön. Die Peitsche brennt. In der Tat. Die brennt die Peitsche. Hier brettet sie mir alles. Und weiter geht's. Eine Flammen-Lanze. Lanz noch behalten. Kevin hatte schon mal wieder den Last-Hit. Wir haben uns wieder alle bei Kevin versammelt. Naja. Ich habe diesmal nicht sofort eine Katze getrailt, die ich da auch noch manipulieren musste. Ich habe ihn selber aus dem Altar zurückgelegt, scheinbar. So. Wir haben uns in die Strecke verbreitet. Dank. Michael Jordan, 3 Punkte Wurf. Wof. 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 Sah gut aus. Gute Arbeitsquare, ihr denkst. Langsame Kameraführung ist nicht etwas, was Spray nicht beherrscht anscheinend. Mann-A-mann-Samen. Und Mann-A-mann-Schwert. Das ist schwer zu resonieren im Einklang. Miteinander. So, jetzt können wir mal wieder mehr Magi-Levels kriegen. More Magic-Levels. Vor allen Dingen... Fluchtzeilen. Beste Animationste! Ich dachte, wir sind Null-Animation. Selbst das alte Fluchtzeilen war besser. Wir können Zauber-Spam auf unserem Weg nach Hause. Sobald es uns der Gegner begegnet. Ja, in dem Gebiet sind wir keine mehr, aber in der Wüste sollten ganz normal Gegner sein. Geh ich raus! Spin sie nieder! Mach sie tot! Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn du erstmal Frost da wieder hochbringst. Mit Status-Heilung. Mit 2 Stufe 4 Heilung haben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was du kannst, oder? Das macht aber kaum einen Unterschied. Doch, doch. Momentan heilt es uns nicht voll. Wenn du das Team heilst. Wenn du das Team heilst. Genieße! Vielleicht nicht unbedingt auf mich, dann bin ich in der... Ja, wenn ich angecastet werde, kann ich nicht casten. Ich bin gerade unwichtig. Ich kann nichts tun. Das macht mich jedes Mal wahnsinnig, dieses Ding. Ich erwarte auch immer, dass die Störung in die andere Richtung geht. Ich versuche mir das gar nicht zu sagen. Ich drücke einfach. Irgendwas passiert schon. Irgendwo kommt man einfach an. Mach's schon. Janne! Ich steck dich. Ich bin戰 Benny. Nein! Keith! Ich versuch' es, muss ich dich machen. Ich bin wieder sotto. Ich bin ja wieder. Ich greife zurück an! Ja, aber der Fahnen-Schub des Münsterium ist immer noch der schwächste Sau. In Zukunft wird der effektive, äh, bitterefällige Bosse festgehalten. Ehe ihn nettert. Vielleicht nicht mehr. Erdblaster? Da ist er explodiert. Ist er wohl. So, letztes Bild. Jetzt hab ich ja empfehle, leerzumachen. Ich hab nur drei Zauber. Sag's mir jetzt. Der ist halt, sonst wird er wieder weiter. Wahrscheinlich. Der ist halt. Voller Cocktail. Er hat sich dagegen entschieden, weiter. Statt es heim zu sterben. Es dauert so ewig. Oh oh. Ernsthaft? Tja, der Dungeon ist weg. Ja. Nein. Doch. Ja. Ist gecrashed. Ne, der Dungeon ist nicht weg. Das Spiel autosafed doch alle, jeden Screen oder so. Naja, stimmt. Glücklicherweise. Die Vorsorge, die sie getroffen haben dafür, weil sie wussten, hm, unser Spielcrash dauert. Was machen wir dagegen? Ach, machen wir einfach autosafes hier, in jedem Screen. Ist ja erst nur zweimal gecrashed. Ja. Ist nur zweimal gecrashed. Wir haben zweimal den lila Farb-Bug gekriegt. Wir müssen nur die Zauber in dem Bild hier nochmal wiederholen. Und haben 3000 zusätzliche schonen Spielzeit. Ja, genau. Wir haben den Animations-Bug ab, wo wir keine Bewegungsanimationen mehr hatten. Ja, also, ganz abgesehen davon verbuche ich als Bug, dass es keine Animationen im Kanoni-Reisebüro gibt. Ja. Bug im Hirn der, äh, Programmiere. Auf jeden Fall läuft alles einwandfrei. Okay. Na ja. Wow. Perfekt mit Remake. Oh, das war nicht die Absicht. Oh, das war nicht die Absicht. Total nicht die Absicht. Oh, das war nicht die Absicht. Und dann zum Beispiel. Oh, das ist ein Schmack. Oh, das ist ein Schmack. Wie soll ein Singleplayer? Singleplayer, aber nichts anderes. Was ist das? Oh mein Gott. Ich hab mir dieses Spinnbein gesagt. Das andere nicht. Airblasto! Airblasto! Ich kann das nicht. Oh, zwei MpHZ noch. MpHZ hat man natürlich gehasen. Zwei Mal. Zwei Mal Status Island. Das ist zwei Mal Status Island. Das ist zwei Mal Status Island geworden. Oh, das ist das Spinnbein. Ich werde dich getroffen, Mensch. Vorausgeber. Und dann bist du nicht Airblasto. Okay. Done. Ja, in der Tat. 40 Euro. Ja, aber dafür haben wir diese geilen Kostüme, die wir anhand dazu gekriegt. Ja. 40 Euro. Wie die alleine waren 20. Entschuldigung? Ah, das war doch echt. Ein Seeharsenschwanz. Ein Schwimmsbums? Ja. Ein Schwimmsbums? Ja. 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 Weil ich noch nicht nur Säure im Regen eingesetzt habe, die Dinge wieder zu füllen. Oasish ist immer noch ausgetrocknet. Wie ist es, wie eine Säure-Oase? Cool. Danke. Was ist das? Skorpion-Dun? Skorpion-Dun? Das ist so cool, oder? Lass uns das Tiger-Bikini-Sindikant nennen. Oh ja. Und alle müssen ihn tragen. Ja. Ja, wir müssen auch ein paar Namen nennen. Hä? Wir brauchen nicht. Wenn du so kassierig bist, dann kannst du es. Oh ja. Wir wissen, was ist dein Team? Was ist dein Team? Okay, Achtung, Achtung! Die hat die Camel Bundle, ist aber ein guter Name. Weil die anderen beiden die Lakaien sind. Nächster Vorschlag. Ja, sehr gut. Gar nicht eingebildet. Ja, eine Bildung ist auch eine Bildung. Wieso multiple Schwertkämpfer? Wir haben nur einen Schwertidiot! Das ist auch dämlich. Dann, bis jetzt. Das sind die beiden. Weiterhin bleiblich, ihre Lakaien. Ja, gute Nacht. Ja, würde ich jetzt auch sagen. So, Achtung, wie viele Spielzeitstunden? 4.000? Wir sind wahrscheinlich irgendwo bei 3.500 Spielstunden. Ja, wir sind zwischendurch abgetrunken. Ja, ja. Wir sind schon bei 3.584. Und ein paar zerquetscht. Zerquetschen. Unser Autosafedown. Ja. Ja. Ich denke mal, es ist knapp 0 Uhr. Das wird es dann wohl für heute gewesen sein. Denn der arme Kevin muss ja morgen arbeiten und so. Und das Spiel ist auch mal gecrashed. Und das Spiel ist auch mal gecrashed. Mit dem Schock müssen wir das nicht wirklich haben. Leider gibt es den Gag mit der Lindenstraße nicht mehr. Ne, die gehen jetzt tanzen. Lane. Ja. 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 Ähm. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns irgendwann beim nächsten Mal wieder. Zum nächsten Stream oder so. Ah. Ja. Ja. Sie haben bestimmt mal Zeit, Fitness weiterzuführen. Bei Gelegenheit. Bei... Das letzte Mal, als wir gesagt haben, bei Gelegenheit waren es zwei Jahre. Also... Nein. Nein, das war ein Jahr. Aber ja. Es war lange. Egal. Bei Gelegenheit auf jeden Fall. Ja. Bis dahin. See ya. Aloha. Aloha.